Herzlich willkommen im X-Lab. Heute präsentiere ich eine analoge Kleinbildkamera und zwar die Nikon FM. Diese wurde mir freundlicherweise von einem Zuschauer dieses Kanals zur Verfügung gestellt, um sie hier zu präsentieren. Die analogen Nikon Kleinbildkameras sind Kameras, die man heute auch noch sehr häufig bekommt. Die haben eine hervorragende Qualität. Sie sind aus ganz Metall und darum auch sehr stabil und fast unkaputtbar. Die sind voll mechanisch und deswegen ist da auch nicht so viel Elektronik, die irgendwie veralten kann. Schauen wir uns dieses System mal an. Wir haben hier die Nikon FM. Das ist das Grundmodell. Ich hatte damals während des Studiums eine FM2, also ein Nachfolgemodell. Sehr schön. Ich habe damit sehr viel fotografiert. Es ist ein 1,450 mm dabei, ein 1,2 85 mm, eine Metall-Gegenlichtblende und vier Farbfilter und ein Polfilter sowie der Auto-Winder. Das ist also ein Motor, der den Transport des Filmes übernimmt. Normalerweise wird ja so transportiert, ausgelöst, transportiert, ausgelöst und das geht über den Winder dann mit dem Motor. Das ist so die Grundausrüstung, die ich habe. Hiermit kann man eigentlich schon sehr viel machen. Viel mehr braucht man fast gar nicht. Diese Kamera wurde früher natürlich für Event- und Sportfotografie genutzt, weil sie klein und handlich war. Aber Autofokus gab es damals natürlich noch nicht, zumindest nicht in der Form wie heute. Und die Kamera hat eine interne Belichtungsmessung. Sie arbeitet nicht automatisch, sondern mechanisch. Auch der Verschluss ist mechanisch. Das heißt, wenn da mal die Batterie leer ist, dann geht zwar die Belichtungsmessung nicht, aber ich kann Zeit und Blende einstellen und ganz normal fotografieren. Die Zeit stellt man hier am Zeitenrad ein, die Blende am Blendenring. Die ISO-Zahl durch Ziehen am Zeitenrad, die braucht man allerdings nur für den internen Belichtungsmesser. Ganz kurz eine Info zu internen Belichtungsmessern bei alten Kameras. Man muss damit rechnen, dass die Belichtungsmesser nicht mehr richtig tun. Das liegt daran, dass die Zellen, also die lichtempfindlichen Dioden oder Selenzellen, altern und dadurch der Messwert nicht mehr stimmt. Das sollten Sie auf jeden Fall überprüfen. Bei dieser Kamera funktioniert sie noch einwandfrei. Getrieben wird die Belichtungsmessung durch eine Knopfzelle hier unten. Auch die bekommt man noch. Also hier ist alles im grünen Bereich. Das sollten Sie im Hinterkopf behalten. Man kann aber trotzdem mit der Kamera sehr gut arbeiten, mit einem Handbelichtungsmesser. Sie können mechanisch arbeiten. Man muss den Belichtungsmesser intern nicht verwenden. Wenn man ihn verwendet, dann sieht man im Sucher links die eingespiegelte Blendenzahl und rechts das Plus-Minus-Zeichen, überbelichtet, richtig belichtet, unterbelichtet. So kann man sehr einfach arbeiten. Man dreht an der Blende oder am Zeitenrad, bis die Belichtung stimmt und es passt. Ich habe das getestet. Hat wunderbar funktioniert. Es gibt dann bei der Kamera noch einen Blitz-Synchronschuh. Der Blitzschuh ist hier oben mit einem Mittenkontakt. Das hier ist der Anschluss für das Synchro-Kabel. Also alle professionellen Studioarbeiten können damit erledigt werden. Wir haben eine Abblend-Taste. Damit wird die Blende geschlossen, um zu beurteilen, wie groß die Schärfentiefe ist. Das kann man sich dann durch das Objektiv anschauen. Es gibt einen Zeitauslöser und den Zähler für den Film. Die meisten Filme haben ja 36 Aufnahmen, manche 24 Aufnahmen. Und ich sehe dann hier am Zähler, wie viele Aufnahmen mir noch verbleiben. Dann gibt es den Rückspulknopf für den Film. Ja, das war es eigentlich schon. Filme hat die Kamera nicht. Was sie nicht hat, kann auch nicht kaputt gehen. Wunderbar. Dann schauen wir uns mal an, wie man bei dieser Kamera einen Film einlegt und auf was man achten muss. Ich werde jetzt für das Film einlegen hier mit einer Action-Cam eine Nahaufnahme machen. Die kann ich dann einblenden. Dann machen wir das mal so. Um den Film einzulegen, muss ich hinten öffnen. Um das zu öffnen, muss man das Rad, das hier für das Rückspulen des Filmes zuständig ist, nach oben ziehen. Und bei Nikon ist das ganz toll gelöst. Ich kann das nicht nach oben ziehen, also auch nicht aus Versehen. Weil wenn ich das mal aus Versehen beim Einlegen in eine Tasche nach oben ziehe, würde der Film aufgehen. Hinten die Klappe. Und der Film wäre belichtet und kaputt. Da gibt es hier so eine Sicherung. Die muss ich nach hinten drücken. Und erst dann lässt sich das Ding öffnen. Das ist also sehr gut gemacht und sehr sicher. Wir sehen hier hinten die Metalllamellen. Die Nikon hat also sehr schnelle Metalllamellen. Wenn Sie eine gebrauchte Nikon kaufen, achten Sie darauf, dass diese Metalllamellen keine Fingerabdrücke oder irgendwelche Beschädigungen hat. Wenn man da nämlich mit den Fingern drauf rumdrückt, was manchmal Leute machen, dann sind die zumindest teilweise beschädigt. Das heißt, dann arbeiten die nicht mehr richtig. Die sollten also wirklich sauber und auch nicht verkratzt sein. Wenn da Sand reingekommen ist, dann bekommen die Lamellen auch Kratzer. Und das sind so Zeichen, da wäre ich dann vorsichtig. Übrigens kann man auch sehr leicht erkennen, ob eine Kamera sehr viel verwendet wurde. Sie sehen hier hinten, das blende ich hier ein, diese silbernen Schienen. Das sind die exakten Abstandshalter, die den Film auf die exakte plane Filmebene halten. Und diese silbernen Metallschienen, wenn die Kamera sehr, sehr viele Filme durchgezogen hat, dann sieht man hier Längskratzer. Bei dieser Kamera ist das fast gar nicht der Fall. Das heißt, die ist fast neu. Die wurde also nur relativ wenig benutzt. Das ist also auch so ein Zeichen, wie stark so eine Kamera benutzt wurde. Weil nicht immer ist das Äußere dafür verantwortlich, sondern hier hinten sieht man wirklich Verschluss. Und diese Schienen, wenn die sauber sind und nicht verkratzt, dann ist alles in Ordnung. Wenn ich einen Film einlege, dann wird zunächst einmal die Filmdose auf die Seite eingelegt, hier wo der Rückspulknopf ist. Dann zieht man den Film ein Stückchen raus und legt den hier in den, da ist so ein Schlitz auf der Seite, der den Film transportiert. Und man sieht hier so Zahnräder. Diese Zahnräder sind nachher für den Filmtransport da. Ist ja übrigens interessant, wenn man sich den Film jetzt mal anschaut, der hat ja eine Perforation. Diese Perforation wurde nicht gemacht, um in einer Fotokamera den Transport zu gewährleisten. Mittelformatkameras haben auch keine perforierten Filme, sondern das gerührt daher, dass dieser Kleinbildfilm ursprünglich mal das Kinofilmformat war. Also das 35 mm Kinofilmformat, das war damals eben der Film, den man dann einfach zu Beginn der Kleinbildfotografie eben verwendet hat, um damit Fotoapparate zu bestücken. Davor waren Filme immer viel größer. Das benutzt man natürlich jetzt für den Filmtransport und ich sehe jetzt, wenn ich jetzt hier spanne, wird der Film gewickelt und durch das Zahnrad transportiert. Dann schließt man die Klappe und jetzt muss man weiter transportieren, bis die Nummer 1 erscheint, weil wir haben ja jetzt ein Stück Film rausgezogen. Der ist auch belichtet, das heißt, er ist nicht verwendbar und erst wenn ich bei Film 1 bin, das wäre jetzt, bin ich sicher, dass ich ein unbelichtetes Filmsegment hier habe. Das war es eigentlich schon und jetzt mache ich meine Belichtungen, 24 oder 36 Aufnahmen und wenn der Film jetzt voll ist, nehmen wir mal an, er ist jetzt voll, dann spult man ihn zurück mit dieser Kurbel. Jetzt darf man aber nicht mit Gewalt an dieser Kurbel drehen, dadurch würde man den Film unter Umständen zerstören. Man muss zunächst den Filmtransport entriegeln. Da gibt es hier einen kleinen silbernen Knopf, den drücke ich, um dieses Zahnrad zu entriegeln und jetzt lässt sich der Film sehr schön zurückspulen. Und wenn man genau hinhört, hört man, ah, jetzt ist die Lasche wieder raus. Ich öffne den und wir haben die Lasche hier wieder in der Hand. Und falls sie zu weit gespult haben, kann es sein, die Lasche verschwindet im Film, dann kann man die in der Dunkelkammer aber wieder rausholen. Die Dose muss sowieso entweder mit einem speziellen Filmdosenöffner, ich nehme immer einen Flaschenöffner, ganz normal für Kronkorken, das geht genauso, aber in absoluter Dunkelheit dann rausnehmen. Bei dieser Kamera ist der Filmtransporthebel gleichzeitig auch ein Einschalter für die Elektronik. Man sieht hier so einen roten Punkt. Wenn der Hebel eingeklappt ist, lässt sich die Kamera zwar auslösen, aber die interne Elektronik und der Belichtungsmesser ist ausgeschaltet, um Batterie zu sparen. Um den Belichtungsmesser zu aktivieren, lege ich den Hebel einfach in die Position, jetzt ist die Elektronik an und ich sehe die Belichtungsmessung. Spannen, auslösen, spannen, auslösen, wenn ich die Kamera nicht mehr brauche, einklappen. Sehr schön gelöst, wunderbar gemacht und ganz praktisch auch im Alltagsleben. Ja, ich bin losgezogen und habe Aufnahmen mit einem 400 ISO FOMAPAN Film gemacht. Der ist zugegebenermaßen sehr grobkörnig. Ich habe ihn auf 200 ISO belichtet und mit 11 Minuten in Rodinal entwickelt. Die Ergebnisse sind recht gut, man sieht aber das Korn schon recht deutlich. Das ist aber ein schönes Erlebnis, auch mit verschiedenen Filtern. Wenn Sie Farbe fotografieren, haben Sie natürlich wesentlich feineres Korn, vor allen Dingen, wenn Sie mit 100, 200 ISO arbeiten. Bei Farbfilmen fehlt ja das Silber im Film nach der Entwicklung und dadurch sind nur die Farbpartikel, die das Korn wiedergeben. Und das ist nicht ganz so störend wie bei einem Schwarz-Weiß-Film, wenn man das Korn nicht haben möchte. Das Korn kann natürlich auch schön sein. Ich blende dann nach diesem Filmchen, praktische Arbeit mit der Nikon, auch noch ein paar Farbfilme ein. Ein paar Farbbilder, die ich vor vielen Jahren mit der FM2 gemacht habe. Und im Prinzip auch den gleichen Objektiv-Typen. Das ist nicht ganz so störend wie bei einem Schwarz-Weiß-Film. Das ist nicht ganz so störend wie bei einem Schwarz-Film. Das ist nicht ganz so störend wie bei einem Schwarz-Film. Ja, das war's zum Thema Nikon. Ich bedanke mich auch dieses Mal wieder fürs Zuschauen aus dem X-Lab. Rüdiger Schätztag.